Die Gedanken für den Dach Heute mit Stephanie Kassel, Pastoralreferentin an der Pär Oeversauer St. Pirmin Was gibt dir einen Wollis für die letzte Reis abhacken? Ich kann dir meinen, dass das ein bisschen überflüssig ist So sehe den Dach, dass das letzte Hirn kein Taschen hat Ich kann nun mal nicht mehr tun, wenn ich sterben Trotzdem hat ein Trauerbegleiter Fritz Roth das Experiment gestocht Jen hat 100 Wollis gekauft und Leute gefragt, ein Wollis symbolisch für die letzte Reis zu packen Das Experiment hat 2006 mit einer Ausstellung nach dem Titel Einmal Jenseits und Zurück angefangen Er geht noch immer als Wanderausstellung durch Deutschland und ganze Welt Das Tua war sie zu Bad Pirmont zu gesehen Und immerhin kommen neue Wollis in Dubai Für Leute, die sich die Früh stellen Was sie dann mit Opierleisteris wählen Ein paar von den Leuten, die ein Wollis gepackt haben, nutzend Gelegenheit für eine Bestandsabnahme Was aus mir und meinem Leben wichtig ist Er so geseit ihn an einger Wollis Er packt Spaghetti imer Tomatensoß an einger Flaschwein an einger Kuietsche inz An einger Andra aus Tobak an einger Päif Der Wollisepacker hat heute dabei geschrieben Wenn ich sowieso stirbt, da kann ich noch fümmen Ein Mützler hat da sein Wollis neben einem Ziertel gelöscht Ob dem steht Pardon Das soll sich und all die Däure richten, die er geschlüscht hat Ein Künstler hat zwei Läu verpackten Äppel-Land-Wollis gelöscht Sie sollen mich und das verloren Paradeis erinnern Und nun das, was könnte Die Aktion schenkt nicht spurlos, Läu zu gehen und denen die mitgemachen Viel von ihnen, was sich beim Packen und beim Gedanken machen Woll mit ihrem Leben und mit der Endlichkeit haben, ob dieser Welt beschäftigt Wir Christen hoffen ja, dass es nun dort ein Neutleben erwacht Auch nicht Aber sogar besser Vielleicht geht es den, den das Hoffnung am besten ausgedrückt hat Hier wird sein Wollis ganz ödel gelös Du nervt heute geschrieben Ich hoffe, du als Gast abgeholt zu gehen Aber mir werde du und nicht fehlen Abschiedlich leben Unser Leben Ein Weg voller Abschiede Wenn Beziehungen scheitern Wenn Hoffnungen sich zerschlagen Wenn Lebensphasen beendet sind Wenn vertraute Menschen sterben Wenn der eigene Tod naht Täglich lernen, abschiedlich zu leben Die eigenen Grenzen erkennen Die eigene Endlichkeit annehmen Und in diesem Bewusstsein offen sein Für das Leben und jeden kostbaren Augenblick Und in diesem Bewusstsein Und in diesem Bewusstsein